So, heute dokumentiere ich einmal einen kleinen Spaziergang mit den beiden Hunden und der Katze. Kasti, komm, wir gehen jetzt spazieren. Jawohl, wir gehen spazieren mit Amigo. Komm, Amigo, Sam, komm, rapido. Vamos. Kasti, komm. So, komm, jetzt gehen wir spazieren. Im Grunde genommen drei Hunde. Kasti, lauf, komm. Kasti, komm, wir müssen ein Steinchen holen. Mit am Amigo. Sam, vamos. So, ein Steinchen. So, komm, schön Gassi gehen. Wo ist Gassi? Sam. Gassi, komm. Nicht so lahm. Ja, ein bisschen rapido. Tja, einer ist schnell, der andere ist ein lahm Arsch. Und die dritte ist heute faul. So, das war eine Momentaufnahme. Später mehr von der Katzen- und Hundefront. Das war eine Momentaufnahme. So, der ist heute schon gesagt. Was ist heuteender, der in der Katzen- und Hunde Night-Raender. So, da war einst, der in der Katzen- und Hundenen. So, die叫 neu 체FC- und Hunde enden heißt. So, das war eine Sauer- oder讀 rutin. So, die waren wir, wenn wir jetzt mal sehen.